der Leiter wasch geht ab es gibt eine neue Folge auf diese unheimlichen zu kommen zu erster Weibel gibt es heute und ja Felix und ich nehme auf mit Olli da oben ist Olli ja Barmherd aus dem Haar die die Brennen das ist bei 8 ist der Ulti Bogen wenn man nicht mehr gespielt ich weiß jetzt 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 wenn sich jetzt das kriegt ok leute wir sollten unsere Kraft vielleicht auf die kommt versprecher vorruhen auf die Zombies konzentrieren so eine Diamant-Axt, so ein Doppel-Axt ich muss mal ganz kurz gucken ob ich meine Mappen aus Lautung hab Macho Olli so viel Knochen müssen wir mal haben ne in unserem Server hier Loll Lass mal wieder ne Disc einwerfen Aber das ist auch wie so Schlagermusik Ich hörs eh kaum Och ich hörs ein bisschen muss ich glaube ich Egal das funktioniert nicht Das ist viel chilliger Ja das ist cool Ok Ähm Nochmal zur Erinnerung Bei Suos Survival müssen wir über mehrere Runden Zombies töten Irgendwann nach der 45. Runde Metzeln, Metzeln, Metzeln Äh jetzt hier sowas auf und dann Da sind wir ja rausgefunden Und dann kann man hier so durch Und im nächstes Haus Und dann gibt's nochmal 50 Runden Wie denn auch sei Blablabla Runde Komm hier nicht mehr hoch weil hier die scheiß Lianen weg sind Weißt du was? Weißt du was? Wir haben doch hier so ein Spiel Weißt du? Lass mal Lass mal Lass mal Lass mal hier immer ein bisschen Lianen farm Lianen farm Lianen farm? Das reimt sich sogar Lianen farm Ich bin da auch Stimmt Da können wir nämlich auch irgendwie da oben auf dem Blaze spawner holen Stimmt und dann können wir was davor bauen Der hat uns immer so Alter Ey wir bauen da so aus Wolle so 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 ein Dings davor würde ich sagen Ja da oben bin ich immer noch rausgefunden davon Ja aber wir können da wie so ein Kasten davor bauen Ok den werden auch hier an du brauchst Lianen Ich bin hier an der Seite hochgeklettert ne Ich bin hier runtergefallen Ja ich war immer so Ja Ja Wollen wir uns grad den Blaze Dings noch zumauern Ja ich hab mal 19 Stück Und die Fäcker haben wir immer noch so Haben wir noch so minderwertige Wolle? Ja mit zwei Blöcken kommen wir nicht weit Ah hier ist auch noch Wolle ich hab noch Aha Ich hab auch einfach Wolle gefahren Oh Oh Ich hab drei jetzt Ich hab drei jetzt Ja ich baue hier genau den einen scheiß Block ab Autsch Schwule Kacke Kann man sich auf die Lianen irgendwie drauf stellen? Ne ist nicht so wie bei Leitern Oh ne 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 Oho Glück gehabt Nein Oho jetzt hab ich den falsch gewollt Aldi geht da weg Ich nehme einen Bogen und fisse dich an die Decke man Ach du bist doch zu einfach Hä? Schwabbel ey Den Block Wolle müsstest du jetzt hier vorsetzen Ah schubst mich doch nicht Oh ihr Spass Dies geht doch mal weg Was ist denn das Aldi? Welchen Block Wolle? Wir brauchen mehr Blöcke Wolle Yeah Bist du tot Aldi Wir brauchen mehr Wolle Nein Wir nehmen was vom Turm weg würde ich sagen oder? Oh du bist halt gleich schubgelegt Weil der Turm wird eh von den Lays Das kann ich ja gut dann auch nicht zu killen Mann Okay jetzt hör auf Das ist gut Lass noch das an der Reihe Jetzt hör auf Nein Halt ja Lass dich Junge Wenn du dich jetzt auch noch anflagst Hau ich dich Lass uns doch einfach Junge wir haben uns gecheckt Ne Nein Nicht offensichtlich Beiz 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 So gehts hier zur Sache Ich würd sagen wir bauen da ein Kasten vor Hast du jetzt die Wolle genommen? Ja Ich würd sagen wir bauen da einen Kasten vor Aldi sagt mal Ja hab ich auch gesagt Damit äh Weil wenn wir nur einen Block davor bauen werden die glaub trotzdem rausgedödelt Ja Ich hab dir jetzt mal ein bisschen Wolle runter gehauen Es sind immer noch so viele Pilze Foodpilze Pilze Und was ist wenn die die Wolle von innen anzünden? Ja Machen die ja nicht Ja gell Weil die Die sehen uns ja nicht Also Alter Das härteste mit allen Runden Müssen die scheiße mal da oben aufmachen Jetzt komm Eliminiere das davor Und dann gehts los Ich hab elf Blöckchen Und dann gehts weiter mit Runde Und dann gehts weiter mit Runde Keine Ahnung 22 oder was wir sind Ja ich hab keine Ahnung Und dann gehts weiter mit Runde Und dann gehts weiter mit Runde Und dann gehts weiter mit Runde Ich geh schon wieder auf den Tower Dann stehen wir wieder hier Minecraft Tower Defense Ey der hat nen Helm auf der Bogenschütze Ja keine Ahnung Ja keine Ahnung Meinsmal kriegst du auch Helm von denen Am Server Also normal allerdings haben wir Zwei Helm Ich hab so'n Schwert mit Rückstoß Wie geil Ich hab eins mit Feuer Mit Feuer und Rückstoß Nee ich nicht Ich hab nur mit Verdöhnung hier Oh du Mieterwärtiger Oh das ist das Wow was ein Epping Shot Mal lass mal ja Hab ich runtergesprungen Hab mir dann im Fluss Trick Shot Free Sixie musst du darunter machen Ja man das muss ich auch mal probieren Das ist Öl Wenn ihr mich abschießt Easy Oh der Marco Da brauchst ja immer noch dieses Ding kaputt Das hätt ich mal reparieren sollen vorher Was denn da kaputt? Der Wasserflow ist doch da kaputt Oh mein Gott der Flow Alter du schießt uns schon wieder ab man Schießt mich nochmal Ich schießt das gar nicht ab Ich schieß euch gar nicht Hör auf Hör auf Lass mich Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Na und Wenigstens kann er überhaupt was Im Gegensatz zu Hör auf 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 Sniper. Ist halt irgendwie mal was ganz anderes in Minecraft, wenn man so kämpfen muss. Schamützen ist auch so ein Wort. Das schiebt ja nicht mehr. Aber du hast ja nicht gelebt. Unterstützungsfeuer! Ich renne jetzt auf den Zoo. Oh, der ist aber nicht da durch. Ich probier jetzt mal mein Diamantschwert aus. Oh, du willst eine Diamantschwert haben. Ich will mein. Schulz. Da ist doch ein EXP-Ball. Warum habe ich Zwo Bogen? Ich erscheint hier mal ein paar Bogen. Zwo Bogen. Ich habe schon wieder zwei Fäden. Oh, ich habe immer noch den Dönergeschmack an den Händen. Ich habe schon einen Döner gegessen. Ja, Mann. Mittag erstmal. Ich hatte so Hunger. Aber ich esse nicht zu viel Fast. Du, als ob du. Genau, du bist so fett. Das ist schon Fettsucht, Alter. Body Mass Index über 40. Drei nicht so enden wie manche andere letzten Player. Inhalts ist nicht. Aber man muss rein zu zeigen. Cool, die Bücher öffnen sich ja, wenn du darüber gehst. Ja, wenn du dahin gehst, öffnen die sich. LOL! Ganz besondere, große Magischmische, die die nur vor selbst öffnen und dann lesen sie dir auch noch vor. Bündchen Köln Nr Armin Klinik ich bin nicht müde nein wir haben auch über Hohen und Halt 4 Uhr Morgens wir haben nicht als das macht nur Sandsmann die Spinnen von der Union unterfallen das war ein bisschen kreis er hat er meint er wird die schnappen die auch so kommt die einsteiger verbekannte die feste das ist ein paar Worte das ist so und man spricht ihr auch was ja ich bin behindert ja das mag vielleicht sein aber das bricht nicht boah das geht so ab Döde mal da eine Predator rein ja genau ähm ich hab ja noch das Fall für alle auf Lager so ein schönes Gameplay ist können wir demnächst auch noch raushauen das können wir können wir über den Online-Speicher kannst du dir ja anschauen gleichzeitig und dann können wir das gleichzeitig kommentieren ja ich weiß ich werd beschossen ich hab auch noch Fäden ein Dombie so von Harry Potter Dombie von Harry Potter oder was das ist ein Doppie Olli muss ich verstehen also wenn ihr euch Olli vorstellen wollt müsst ihr so an Gollum denken ey wo kommen die Fäden rein ich trickshot den Bus jetzt wo kommen die Fäden rein haha das war ein Fail oder ja wo 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 kommen die Fäden rein ich kann ja auch noch zwei geben wenn du willst ich hab noch ein Steak ich hab noch ein ich hab drei Steak ein Hühnchen und einen goldenen Apfel und wenn du brauchst dann noch Fäden komm wir schnell los komm wir schnell los komm wir schnell los ja jetzt kann ich noch ein Block machen nicht der Schakal ohne Witz meine Figur sieht ja aus wie ein Schwuchtel deine Figur sieht aus wie Rambo ja genau ist aus wie Rambo Rambo ja ich hab so ein Kopftuch um so ein Tuch so um die Stirn wo wenigstens bist du kein Schwarzer hehehe hohohoho nein fang bitte nicht schon wieder damit an ihr müsst wissen wir waren ja letztens in der Diktator pfff das war so geil der Film ist echt empfehlenswert vor allem das kleine Geschenk was man auf dem Einstieg kriegt wenn man wenn man zu dreckigen Humor hat dann ist das echt lustig ja sehr dreckiger Humor muss das schon sein ach ja machen wir eigentlich noch so ein äh so unser Fight-Projekt äh ja weil es hat ja einer